servus meine freunde der nachhaltigen energiegewinnung und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu diesem neuen video heute gibt es dann wieder die neuen ertragszahlen aus dem monat april 2023 von meinem 820 watt peak balkon kraftwerk das ganze natürlich mit meinem 600 watt wechselrichter und ab nächsten monat also die ertragszahlen im monat mai 2023 hängen dann sogar an dem 600 watt wechselrichter drei module a 410 watt leistung ich bin gespannt ob der wechselrichter das ganze auch überleben wird was mich mal interessieren würde wie messt ihr eure ertragszahlen von eurer pv anlage auf dem dach oder eurem balkon kraftwerk oder wo auch immer ihr irgendwie solar verbaut habt schreibt mir gerne mal unten in die kommentare ja aber jetzt wollen wir nicht lang schnacken jetzt gehen wir erstmal rein in die shelly app und dort gibt es dann die aktuellen ertragszahlen viel spaß dabei ja freunde dann kommen wir jetzt mal zu meinem monats ertrag vom april 2023 da habe ich natürlich noch die zwei module a 410 watt peak system leistung an meinem 600 watt wechselrichter hängen jetzt seit dem ersten mai habe ich ja drei module am wechselrichter hängen dazu gibt es dann nächsten monat in dem nächsten ertragsvideo die aktuellen zahlen ob das was gebracht hat ich kann es noch nicht sagen im moment naja ihr seht hier im moment kommen 142,2 watt rein aber wir schauen jetzt erstmal in den monat april so hier haben wir den april 2023 und ihr seht ich bin ganz knapp vor den 50 kilowattstunden hier unten seht ihr das wo die maus ist also 49,78 kilowattstunden konnte ich im april als ertrag mir sichern mit 820 watt peak modulleistung am 600 watt wechselrichter ja der monat fing sehr schleppend an mit 600 wattstunden hier nur 530 wattstunden aber dann ging es hoch 3,4 kilowattstunden 3,5 kilowattstunden 3,1 hier mal wieder nur 28 also der april war tatsächlich so wie er eigentlich heißt er war sehr durchwachsen aber sonnenausbeute technisch bin ich ganz zufrieden eigentlich ich hatte im monat märz glaube ich irgendwas um die 38 kilowattstunden und jetzt im april eben schon 49,78 kilowattstunden also ich bin damit zufrieden ich bin mal gespannt wie dann jetzt auch der märz wird hier seht ihr da ist ja da war gar nichts 270 wattstunden aber insgesamt war der april doch recht zufriedenstellend für mich ja ich hoffe der mai wird besser wir können auch noch mal eben kann ich schauen was ich im gesamten jahr habe nein ich habe den alten shelly habe ich im moment nicht in der steckdose drin da war ich ja glaube ich bei insgesamt 56 kilowattstunden für den märz und den halben bis dreiviertel februar ja also es ist im moment auch sehr bewölkt draußen aber es kommt immerhin noch 166 watt rein 175 sind jetzt sogar also 477 watt wir haben natürlich auch schon nachmittags 16 15 ja die sonne wandert jetzt rum dementsprechend bekommt mein drittes modul jetzt auch noch ein bisschen licht ab was ja dann eben noch ein bisschen mehr ertrag bringt ich lasse mich einfach mal überraschen also ihr seht hier auf 15 uhr heute spitzenwert mit 133 wattstunden also der tag heute ja er war einfach erschreckend wenn wir noch mal gucken auf den gestrigen ersten mai ups wo sind wir hier auf den ersten mai da kam gar nichts rein was ist das jetzt moment da am ersten mai kam immerhin noch 2,2 kilowatt zustande obwohl es auch sehr wolkig war gestern ja ich lasse mich mal überraschen wie das mit meinem dritten modul und dann der ertrag vom mai 2023 wird ihr könnt auch gespannt sein aber jetzt erst mal wieder zurück zu mir ja meine freunde das war es auch schon wieder mit diesem ertrags video des monats april 2023 ich hoffe es hat euch gefallen über einen daumen nach oben würde ich mich freuen ebenso wie ein abo dalassen und wenn ihr fragen habt schreibt sie mir gerne in die kommentare oder auch zu meiner anderen frage welche messmethoden ihr für eure pv anlage nutzt alles klar dann würde ich sagen wir sehen uns in einem meiner nächsten videos wieder macht's gut bis dahin